Kino, das ist Filmliebe. Kino, das ist Leidenschaft. Und Kino entwickelt sich auch immer weiter. Und ihr glaubt nicht, was für wundervolle Kinos es gibt. Wir befinden uns heute hier in und um Zürich, um euch drei Kinos zu porträtieren, wo man sich denkt, wow, das kann Kino auch. Sie sind teilweise unglaublich luxuriös, technisch aversiert und toll in die Kultur eingebunden. Und genau das schauen wir uns heute an. Den Anfang macht das Pathé Spreitenbach. Ein Kino, das nagelneu ist, hat am 9. Mai 2019 eröffnet mit zehn Kinoseeren und 1300 Sitzplätzen. Und da sind einige ganz besondere dabei. Aber erst einmal Pathé, das steht schon für Filmliebe seit über 100 Jahren. Vier Brüder, die im späten 19. Jahrhundert schon Filmverrückte waren, sich für Lichtspielhäuser interessierten, heute eine große Filmproduktionsfirma ist, aber auch verschiedenste Kinos rund um den Erdball besitzen. Immer noch ist es ein Familienunternehmen. Und verdammt ist dieses Kino hier luxuriös. Denn unter diesen zehn Kinos befindet sich ein Kino für Kinder, das von Kindern konzipiert wurde. Eine VIP-Lounge mit einem ganz besonderen VIP-Kino, ein toller IMAX-Saal und eines von sehr wenigen weltweiten und in Europa gibt es nur zwei davon Bettenkinos. Das zweite steht in Marseille, gehört ebenfalls zu Pathé. Aber ehe ich euch das alles erzähle, schauen wir uns die Seele einfach mal an. Eine Sache muss vorher aber auch erwähnt sein. Popcorn kennen wir ja alle. Süß und salzig. Natürlich in Deutschland ist süß, sehr beliebt, aber auch hier im Pathé Spreitenbach gibt es da eine ganze Menge an Variationen von. Denn man kann sich Toppings draufpacken und das reicht von den verschiedensten Gewürzen über Nachos, über Wasabi bis hin zu so vielen süßen Sachen. Das sind sicherlich eine Batzillionen Kalorien und man braucht die ganze Woche nichts mehr essen. Aber sicherlich erhöht das auf eine gewisse Art und Weise das Kinoerlebnis. Das Pathé Kids Cinema ist ein Kino, was von Kindern für Kinder designt wurde und es gab einen Wettbewerb zwischen Schulklassen. Zwei Gruppen haben gewonnen, durften dieses Kino hier gestalten, so wie Kinder sich das vorstellen. Und hier sieht man auch die Handabdrücke derjenigen, die dieses Kino gemacht haben. Eine richtig süße Idee und da gucken wir jetzt rein. Da wünscht man sich doch nochmal sechs Jahre alt zu sein, oder? Was für eine süße Idee. Die Kinder haben überall Sitzsäcke und keine festen Plätze, können die überall hinpacken auf der Leinwand, den Film sehen, worauf sie dann natürlich Lust haben und können dabei in diesem Bällebad rumspielen, rumtollen und sollen einfach spielerisch Filmliebe erfahren. Und ohne Witz, da drüben ist sogar eine Rutsche. Das ist eine schöne Idee und fasziniert mich irgendwie. Richtig süße Sache. Wie man unschwer hinter mir erkennen kann, gibt es hier im Pathé Spreitenbach auch ein IMAX Kinosaal. Über 300 Quadratmeter Leinwand, Beamer bzw. Lasertechnik der neuesten vierten Generation und neben der normalen IMAX Bestuhlung auch noch Doppellogensitze mit eingehängten Weingläsern und Abstelltischen machen IMAX hier zu einer sehr komfortablen Angelegenheit. Das hier ist die VIP-Lounge mit angeschlossenem, sehr gemütlichen Kino. Für ein VIP-Ticket darf man sich hier nach Herzenslust bedienen. Ob Nachos, Popcorn, Nüsse, Eis oder Softdrinks, so viel man will, mitten im Film aufstehen, sich nochmal nachholen. Das geht. Kostenpunkt 49 Schweizer Franken, also ca. 45 Euro pro Ticket. Dafür gibt es im Kino aber auch QI-Lade-Station für dein Handy, wenn es mal leer sein sollte. Wenn es einen dann noch mehr dürstet, kann man obendrauf sich noch Champagner, Wein oder Säck gönnen. Wenn du glaubst, du hast schon alles gesehen, dann entdeckst du ein Bettenkino. Eines von zweien in Europa. Hier gibt es elf Doppelbetten, inklusive Hausschuhe, Weingläser, im VIP-Ticket, alles mit drin. Kann man ganz genüsslich liegen und einen Film schauen. Ich glaube aber nicht, dass man deswegen dabei einschläft, sondern sehr entspannt Kino genießen kann. Raus aus dem Bett, rein ins nächste Kino. Jetzt sind wir im Arena, bzw. dem Arena Cinemas in Zürich. 19 Kinosäle, es sind 18, weil die Nummer 13 ist nicht vergeben, man will ja kein Unglück haben. Und hier ist technische Innovation die große Überschrift. Denn hier gibt es zwei 4D-Ex-Säle, einen Onyx-Saal und einen Screen-Ex-Saal. Was das alles bedeutet, zeige ich euch gleich und ich treffe den Besitzer und Eigentümer dieser Reihe. Und der hat auch sicherlich Interessantes zu berichten. Das hier ist ein Onyx-Kinosaal. Das heißt, was ihr normalerweise vom Kino kennt, dass ein Beamer eine Leinwand anstrahlt, ist das hier ein kompletter großer LED-Screen. Für das feine technische Auge wird klar, das ergibt ganz andere Kontrastwerte, eine ganz andere Farbbrillianz. Die Lautsprecher wiederum befinden sich dann nicht hinter einer Leinwand, die für den Ton durchlässig ist, sondern oberhalb dessen. Definitiv eine technische, innovative Angelegenheit. Das hier ist eines von zwei 4D-Ex-Kinos hier im Arena Cinemas in Zürich. Das bedeutet, die Sitze, wie ihr seht, bewegen sich mit dem, was man sieht. Das heißt, bei temporeichen Fahrten wird man von hinten nach vorne hin und her geworfen, Wind wird eingespielt, Licht-Effekte, man kann Nebel simulieren, mit Seifenblasen, es gibt Schnee, es gibt Regen. Also wird das alles noch ein bisschen feuchter und windig hier drin im Saal. Das ist Action-Kino pur und ein Level, was dich nochmal ganz anders reinziehen soll. Das ist mein Erlebnis, oder? Leute, das ist echt abgefahren. Eine Sache noch, hier werden noch zusätzlich Gerüche reingeworfen in den Saal. Du riechst also auch Dinge, die in der Umgebung passieren. Neben der Bewegung und all dieser Luftfeuchtigkeit. Voll shaky, aber total super. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein Screen-X-Kinosaal und da sieht man etwas mehr, als man sonst gewohnt ist auf der Leinwand, weil links und rechts geht die noch weiter. Auf beiden Seiten im Kinosaal befinden sich jeweils zwei Beamer, die das, was man sonst sieht, noch erweitern. Und so entsteht ein 180-Grad-Erlebnis. Dafür müssen die Effekte-Lautsprecher etwas höher gehangen werden, aber Action kommt dabei noch aus einem ganz anderen Blickwinkel zur Geltung. Neben mir steht Herr Stöckli, oder wie ich es sagen darf, Edi, weil er nennt mich Locke. Er ist quasi, oder du bist der Erfinder, Eigentümer, Besitzer von Arena-Cinemas, ist das richtig? Ja, Erfinder von Kino bin ich nicht. Nein. Das waren 130 Jahre irgendwelche, die Frères Lumière, aber ich betreibe diese Kinos und gehören mir als Einzelmaske. Woher kommt diese Idee, woher kommt diese Leidenschaft für Lichtspülhäuser? Wie ist das entstanden? Ich bin Filmhändler gewesen, Händler der vier Jahreszeiten, weißt du, ich habe Filme verkauft, Kino, Fernsehen und so weiter, all die Jahre. Und früher hatte ich einen Filmclub in dieser Stadt, in den 60er Jahren war ich Erfinder eines Filmclubs, der ging um Mitternacht auf, wenn die Kinos schlossen, habe ich meine Filme gezeigt, Underground-Filme, Handy, Warhol und was weiß ich was. Und die Leute haben Joints geraucht und das war ein Riesenfest und dann haben die mich, weil das Kino war immer Pummsroll und am Tag war das Kino leer, dann haben die mich rausgeschmissen, weil die waren eifersüchtig. Das klingt nach wahnsinnig vielen Erinnerungen auf jeden Fall. Ja, ja, also dann. Und dabei all diese technischen Innovationen, woher kommt diese Faszination dafür, besonders eben für 4DEX, Onyx und ScreenX? Was hat das damit auf sich? Du, ich habe mir, als wir das gebaut hatten, habe ich mir überlegt, wie bringe ich die jungen Leute von ihrem Laptop wieder zu mir ins Kino. Und da musst du halt einfach etwas mehr tun, oder? So bewegte Sitze vielleicht und ein bisschen Wind und Regen und Blitze und Donner und Bubbles und was weiß ich was alles. Mag die vielleicht animieren und das ist dann aufgegangen und jetzt sind wir am fliegenden Kino. Das ist jetzt, probieren wir raus, vielleicht im Kloten, am Flughafen und so. Ergibt sich immer etwas Neues. Gibt es irgendeine Zukunftsvision, die du hast, wo du sagst, okay, das ist die Zukunft des Kinos, das würdest du gerne umsetzen? Mein Traum ist ein Hologrammkino. Ein was am Kino? Ein Hologrammkino. Hologrammkino. Wenn du im Film drin sitzt, weißt, rundherum hast du Kino, hast du Action, hast du die Leute, die sich bewegen und die Filme, die Geschichten erzählen und so weiter. Das ist mein Traum. Die Frage ist natürlich, ob der Film mit seinen Schärfen, Unschärfen, der Dramaturgie, was zeige ich mit der Kamera, wann, ist ja wie so ein Zauberstück. Wann öffne ich mich dem Publikum? Ist es dann nicht gefährlich, wenn der Zuschauer selbst entscheidet, wo er wann hinschaut, statt sich nur von einer Leinwand leiten zu lassen? Und können solche technischen Innovationen den Film nicht irgendwann übertrumpfen? Sollte man das nicht lieber in Einklang miteinander bringen, damit das Erlebnis stimmt? Weil ich kann mir vorstellen, dass so ein 4DX bei einem Film, der sehr rasant ist, ist das manchmal ein bisschen zu viel vielleicht sogar? Tu das Ganze ein, dass das dich vielleicht ablenkt. Aber wir spielen ja nicht den neuen Polanski oder den Woody Allen in 4DX. Wir spielen ja Actionfilme, wo das einfach dieser Rhythmus, weißt du, dann körperlich in dich übergeht und du fast in Furious bist du dabei oder was weiß ich was. Das ist Star Wars, ist doch geil, wenn das Raumschiff ein bisschen so runter geht und du auch so runter gehst. Das verstärkt dann. Habt ihr Aquaman im 4DX gespielt? Ja, klar. Sind die Leute plitschnass rausgekommen? Wir müssen Handtücher zur Verfügung stellen? Nein. Ja, wirklich gut. Natürlich nicht. Das ist homöopathisch, das Wasser. Das kommt nicht kübelweise. Aber ich weiß noch, beim Dinosaurier-Film, weißt du, da beugt er sich über die Menschen. Und da läuft ihm ein Speicher aus dem Mund und du hast dann plötzlich den Tropfen aus dem Kopf. Und da schauen die Leute natürlich instinktiv hoch. Das war Jurassic Park. Jurassic World. Das war wahrscheinlich. Eine Sache frage ich mich natürlich, wenn ich all das hier sehe und ich natürlich filme Liebe als Deutscher. Warum haben wir das alles nicht? Wir kriegen jetzt in Berlin eine erste Screen-X-Wand. Es gibt die ein oder andere Onyx-Wand. 4DX glaube ich noch gar nicht in Deutschland. Da wird aber gerade dran gebaut. Und hier ist alles in einem Kino. Kannst du nicht vielleicht nach Deutschland kommen und das bei uns auch machen? Ich hätte das gerne. Warum muss ich nach Zürich dafür kommen? Ja, aber ihr kommt jetzt. Ihr kommt schon. Weißt du, in Deutschland, ihr habt eine andere Tradition und das bewegt sich nicht so schnell. Wir müssen agil sein, sonst überleben wir nicht. Ihr seid eine starke Nation und viele Innovationen. Und was ihr macht, das ist bodenständig und meistens sehr gut und stabil. Und darum braucht es eine gewisse Zeit, bis das sich dann auch in Deutschland durchsetzt. Wenn die Schweizer im Deutschen sagen, dass man langsam ist, dann läuft irgendwas schief. Also, danke fürs Zeitnehmen. Viel Erfolg. Ich hoffe, dass das hier weiter so erfolgreich läuft. Danke. Sehr gerne. Tschüss. Mach's gut. Zu guter Letzt befinden wir uns im Kosmos in Zürich. Das ist ein Kulturhaus, in dem Menschen zusammenkommen, die zu verschiedenen Themen diskutieren wollen. Das bedeutet, hier gibt es unterschiedliche Elemente, wo das möglich ist. Ich sitze gerade auf einer Treppe, auf der Menschen hinter mir beispielsweise in Bücher versinken, denn oberhalb von mir ist eine Buchhandlung. Hier gibt es Räume, wo man Bühnen aufbauen kann für Podiumsdiskussionen, Rückzugsorte inklusive Piano und im unteren Bereich eben auch ein Kino, was das Kino im Kosmos ist. Das unterstützt Filmfestivals und organisiert eben immer verschiedenste Diskussionen. Und das ist bei Filmen eben ein großes Thema, denn viele wichtige Filme berühren uns, haben Inhalte, über die wollen wir reden. Und da ist eine solche kulturelle Einbindung in ein Haus wie hier genau das Richtige. Und das gucken wir uns an. Ich mag dieses Arbeiten mit vier Beton. Sechs Seele hat dieses Kino. Das mögen vielleicht nicht die größten sein, aber wenn man den Fokus auf Arthouse legt, beschäftigen sie sich mit Film-DNA, mit dem Grundlegenden. Und das bleibt mir immer noch das Wichtigste beim Filmemachen. Und auch bei den Aushängen wie Filmkritiken, Informationen oder Comics von Filmfestivals merkt man, hier kommt Kultur zusammen, hier kommt verschiedene Generationen zusammen, hier kommt Gesprächsbedarf zusammen. Finde ich wichtig, finde ich schön. Da wird mir ehrlich gesagt als Filmliebhaber warm ums Herz. Film läuft bitte nicht eintreten, steht da. Natürlich ist es für ein Kino gut, wenn jeder Saal bespielt wird und Menschen in den Film sitzen. Deswegen können wir aber gerade in keinen Saal rein, um ihn uns anzuschauen. Trotzdem wollte ich noch erwähnen, dass zuletzt das Human Rights Film Festival hier war. Auch das Zürich Film Festival kommt hier regelmäßig her. Im ganzen Haus beispielsweise auch das Zürich Philosophie Festival. Ihr merkt also viele, viele Themen. Und wenn man beispielsweise eine Buchverfilmung hat, kann man die auf der einen Seite im Kino zeigen, mit den Leuten dann weiter in die Buchhandlung gehen, wo meinetwegen der Autor ist, das Buch vorstellen, Lesungen machen, darüber diskutieren und das Ganze an der Bahn am Abend ausklingen lassen. Und das ist das Konzept hier. Und das gefällt mir. Man kann das Kino im Kosmos auch unterstützen und tatsächlich einen Kinositz kaufen. Das haben sehr viele Leute, wie man hier an der Wand sieht, getan. Aber es gibt auch noch ein paar freie Plätze und das zeigt nochmal diesen Gemeinschaftsgedanken. Und damit sind wir am Ende dieses Videos. Drei unterschiedlichste Kinos, die hoffentlich einen interessanten Einblick euch geben konnten und zeigen, wie sehr man Filme auf unterschiedliche Art und Weise lieben und Kinogänge lieben kann. Das sollte der Sinn der Sache sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschalten und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, dabei ins Kino zu gehen. Jochen Sie, das genie南 Jochen-Massiker Jochen desti 會